Ich bin der Meinung, dass ihr eine Verantwortung gegenüber den anderen Magiern tragt. Bezieht sich diese Selbstgerechtigkeit etwa auf mich? Ihr habt Unterdrückung erlebt und seid nun frei. Nun müsst ihr etwas unternehmen, um auch jene zu befreien, die noch immer unterdrückt werden. Oder ich kümmere mich um meinen eigenen Kram, wenn die Kirche an meine Tür klopft. Aber das ist falsch. Ihr habt eine Verpflichtung. Wisst ihr was? Willkommen in der echten Welt, Geist. Geist. Fuck! Ich lese. Ich bitte nicht. Ich kümmere mich darum. 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 UNTERTITELUNG Das war's für heute. Das war's für heute.